Diese Geschichte entsteht im Rahmen einer Pen-and-Paper-Rollenspielrunde. Es kommt also hin und wieder zu Würfelwürfen, die darüber entscheiden, ob den Charakteren bestimmte Aktionen gelingen oder ob sie total schief gehen. Alle Hintergrundinformationen zum Podcast, der Welt und den Spielregeln findet ihr auf brooks-vermächtnis.de. Willkommen bei Brooks Vermächtnis. Euch erwartet ein packendes Abenteuer, das zu großen Teilen improvisiert entsteht und die Geschichte dreier tapferer Helden erzählt, die unter der Flagge des mysteriösen Kapitän Brooks die Welt des 19. Jahrhunderts beweisen und sich dabei allerlei Gefahren stellen müssen. Bevor das Abenteuer beginnt, werfen wir einen Blick auf seine Hauptfiguren. Ein alkoholkranker Ex-Profi-Boxer, ein egozentrischer Reporter, der verdeckt einer Spur nachgeht und ein Technik-Genie mit einem selbstgebauten mechanischen Arm. Heute mit Ray Walter Smith, ehemals bekannter als Mighty Ray, Profi-Boxer mit Welterfolg. Doch wie bei so vielen Berühmtheiten folgte auch auf sein Karrierehoch ein tiefer Fall. Hey Barkeeper, ich könnte hier nochmal ein volles Glas gebrauchen. Ist dein Glas schon wieder leer? Das kann doch nicht sein. Jetzt laber hier doch nicht so lange rum und schenk nach. Bitte. Du solltest dich lieber auf den Nachhauseweg machen und dich eine Runde aufs Ohr hauen. Gleiches Sperrstunde und du hattest sowieso mehr als genug. Du weißt wohl nicht, wer ich bin. Geht das schon wieder los? Siehst du diese Fäuste hier, hä? Diese Fäuste hier? Ja, ich sehe die Fäuste. Das sind keine normalen Fäuste. Das sind Waffen. Früher, da haben die Leute gezittert, wenn sie diese Fäuste gesehen haben. Bitte setz dich wieder hin. Zack, zack. Kinnhaken. Ha. Rechternhaken. Zack. Ray, bitte. Na, klingelt's? Ich bin Mighty Ray. Mehrfacher Boxweltmeister. Ungeschlagen in über 50 Kämpfen. Das weiß hier jeder. Gezittert an meine Gegner. Die ganzen Welt haben sie gezittert, wenn sie hörten, dass sie gegen Mighty Ray antreten mussten. Okay, Ray. Ich schenke dir noch ein letztes Mal nach, aber dann musst du gehen. Ach, was mache ich mir vor. Das Boxen war nie das Richtige für mich. Klar, meine Statur ist zum Boxen wie geschaffen, aber die Gewalt, sag ich dir... Täglich diese Gewalt? Das geht einem ganz schön auf die Nerven. Da aber hatte ich es nie leicht. Niemals. Mein Vater, dieser Versager, konnte nicht mehr annähernd genug Geld aufbringen, um mich und meine Mutter zu versorgen. Das einzige Geld, was uns zur Verfügung stand, das hat er abends immer schön versoffen in der Kneipe. So war er, mein alter Herr. Aber gut, ich kann ihm nichts vorwerfen. Das Leben kriegt sie alle, früher oder später. Und die Leute haben gelästert über uns, als wären sie besser dran gewesen. Manchmal allein ist die Wut in mir hochgekommen und das ging dann selten gut für die anderen aus. Der Boxer steckte wohl schon immer in dir, was? Einmal Boxer, immer Boxer. Das musste ich auf die harte Tür lernen. Eines Tages entdeckte Cesar mich. Bei einer Rauferei in den Straßen. Dann nahm er mich mit in einen Untergrundkampfclub. Es war ein hartes Pflaster. Aber das hat mich nur noch härter gemacht. Heute kämpfen die mit Bandagen? Damals trafen bloße Fäuste und Muskelkraft aufeinander. Wir waren echte Kerle. Oder zumindest wurde uns das gesagt. Mir fiel es immer schwer, Gewalt gegenüber Fremden anzuwenden. Aber meine Eltern und Cesar, sie haben mir immer gesagt, Ray, deine Kraft ist ein Geschenk des Himmels. Wenn es nicht einsetzt, ist es ein Verrat an deiner Familie. Sie waren auf das Geld angewiesen, das meine Sieger nach Hause brachten. Was für ein Boxkämpfer hat ein schlechtes Gewissen dabei, Leute zu schlagen? So eine absurde Geschichte. Und aus dem Kampfclub ging es dann um die ganze Welt. Es gab keinen Fleck, an dem ich nicht kämpfen musste. 61 Mal ungeschlagen. Das konnte mir keiner nachmachen. Ich muss dich jetzt echt langsam rausschmeißen. Ich hatte sie alle. Die schönsten Frauen aus den schönsten Ländern. Ich fand Freunde. Überall auf der Welt. Wir haben zusammen gegessen. Ich habe Menschen kennengelernt. Das würdest du niemals glauben. Aber wir alle bleiben nicht jung, oder? Es wird langsam Zeit. Die Zeiten. Die Zeiten ändern sich schneller, als du denkst. Heute noch das Dorf, Plakaten, bejubelt, egal wo man hinkommt. Morgen scheusen sie dich weg wie einen alten Köter. Cesar, der konnte es kaum erwarten, mir meinen Vertrag zu kündigen, als ich meine Reihe an Siegen abbrach. Nach mir soll es recht sein. Ich habe das Boxen satt. Mach uns beiden einen Gefallen und trink endlich aus. Du hast echt ein beachtliches Leben hinter dir, Rei. Aber jetzt musst du mal endlich wieder auf die Beine kommen. Bist ein guter Typ, Rei. Du hast das Herz am rechten Fleck. Jemand wie du, der sollte doch etwas anderes aus seinem Leben machen können, als betrunkene Jugendliche auf einem Jahrmarkt zu verbrüfen. Das sagst du so, das sagst du so. Es ist nicht leicht, wenn man ein alter Sack mit Alkoholproblem ist, der nichts anderes kann, als zuhauen. Immer nur zuhauen. Das packst du, Rei. Das packst du. Und jetzt hau dich erstmal aufs Ohr. Morgen ist ein neuer Tag. Bier her, Bier her, oder ich fall um. Bier her, Bier her, oder ich fall um. Wenn ich dich gleich ein Bier bekomme, schmeiß ich die ganze Kneipe um. Gute Zeit, Rei. Brooks Vermächtnis ist ein monatlicher Pen & Paper Abenteuer-Podcast, bei dem ihr den Verlauf der Geschichte mitbestimmen könnt. Ab dem 2. Oktober beginnt das offizielle Abenteuer. Bis dahin stellen wir euch wöchentlich die drei Hauptcharaktere und ihre Vorgeschichten vor. Geht jetzt auf brooks-vermächtnis.de, um diesen Podcast zu abonnieren und keine neue Episode zu verpassen. Wenn euch der Podcast gefällt, würden wir uns außerdem sehr über eine Bewertung in iTunes freuen. Wir hören uns spätestens im 2. Oktober wieder. An Bord des Schiffes von Kapitän Brooks. Ciao, Ciao, ciao! Untertitelung des ZDF, 2020